Alles ok? Ich kann nicht schlafen. Woran das so liegt? Du nervst, ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Soll ich dir einen Tee kochen? Fick dich! Fick dich! Wie redest du mit mir? Lass mich einfach nur in Ruhe, dann hast du auch kein Problem. Nick? Was ist denn los? Du nervst. Du bist immer da. Alles dreht sich immer nur auf dich. Immer nur Johanna. Hi, my name is David. I'm a producer here in Toronto. This summer we're producing a sci-fi feature, a man one day comes home. Strangely, everyone's gone. His family, his neighbours, his friends, gone. We're looking for two female leads, cast and crew as well, set design, art, makeup, hair, everything. We're looking for two female leads, cast and crew as well.